Schönen guten Abend. Na, wo ist denn unser Sorgenkind? Dort drüben im Bett. Es sieht ganz elend aus. Dann wollen wir doch mal gucken, was dem kleinen Mutzel so fehlt. Will sich nicht mehr tummeln, will sich nur noch mummeln, interessant. Spielt nicht mehr in der Stube, hockt nur noch in der Grube, allerhand. Hat es wohl die Frühjahrsmattigkeit? Es wär dafür wohl grad die rechte Zeit. Doch scheint es dafür viel zu jung zu sein. Das ist es nicht, das ist es nicht, oh nein. Will sich nicht mehr tummeln, will sich nur noch mummeln, interessant. Spielt nicht mehr in der Stube, hockt nur noch in der Grube, allerhand. Hat es wohl das Hasenfieber, sind die Löffel schlapp. Dann hilft nur Holundertee, gebrüht und nicht zu knapp. Wickelt ihm ein Blatt vom Kohl am Abend um das Bein. Ich denke, in zwei, drei Tagen wird alles besser sein. Ich denke, in zwei, drei Tagen wird alles besser sein. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Und vielen Dank für Ihre Mühe.